So, Teil 2, falsche Brücke. Eigentlich gar nicht mein Gebiet, aber was soll's, ich bin wegen was anderem hier. Gucken wir mal. Herr Schwarzbach. Boah, irgendwie ist mir komisch auf einer Brücke. Hier ist er, der Schwarzbach und da unten drunter ist die, aha, da ist die Einleitung. Und sieh da, tatsächlich inaktiv. So, ich genieße mal noch ein bisschen hier den Moment. Das gefällt mir nämlich hier. Sieht ein bisschen aus nach Hochwasser oder leichten Anstieg. Ja, das war's mit der Grubenwasseranleitung. Ende im Gelände. Beste.